So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Unser heutiger Auftrag heißt, zerstöre dieses komische Metallgerät da unten. Oder auch Kommandozentrale. Dazu müssen wir natürlich... Oh, da sind wieder Leute, die wir retten können. Zuerst mal die Leute ausschalten. Das sehe ich gerade da oben ist. Jemand, da ist jemand. Am besten tun wir uns von der Hinten. Hinarbeiten. Weil dann haben wir die Möglichkeit, die Scharfschützen zuerst auszuschalten. Ah, ah, ah. Mal hoch. Ja, wie so ein Frosch. So, wo ist er? Wo ist er? Du bist er, du bist er. Du, du bist er. Da, 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 da. Du bist hin. All der Ninja. Ninja. Das nächste. Ah, der kriegt immer hoch. Der kriegt immer hoch. Oh, dass er das nicht mitbekommen hat, das ist nicht mehr so. So. Guck mal, das Gewehr kann schweben. Uuuuuh. Das war cool. So. Nun haben wir das Problem, dass ihr unten einen ganzen Haufen triggigen Mistkehrer siezt. Wie besiegen wir die am besten? Was würdet ihr mir raten? Wie tut man so etwas? Ah, schön. Ein Update wurde installiert. Ah, ah. Ja, das ist aber nicht so, wie es sein sollte. Und... Action. Ha. Ja, genau so macht man das. Zack und zack und... Boop. Wuhu. Wuhu. Heilen. Huh. Huh. Ha. Papp, 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 papp. Wow. Hey. Der besteht ja ein Teil aus Stein. Huh, 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 huh. Hey. Komm. Komm schon. Komm. Komm. Gut. Fall zu Boden. Du auch. Und du erst recht. Zack. Zack. Huh. Ich bin ein Monster. Oh, scheiße. Ein Monster, das kurz vor dem Sterben steht. Ja, ha, 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 ha. Flucht, flucht. Oh, 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 oh. Wow. Voll die Action hier. Zack. Schuh. Spiele da, ihr Penne. So. Hm. Oh. Alles klar, alles klar, alles klar. Lass mich in Ruhe. Du kleiner böser Bub. Na. Oh. Ich muss hier weg, ich muss hier weg. Sag mal, Leute, gibt es hier keinen Turbo, oh, Turbo, Turbo, weg hier. Jawohl. Seid ja, so macht man das immer rein und raus. Ganz schnell hintereinander. Okay, das kann man auch ein bisschen falsch verstehen. Was fühlt es denn da oben? Hä, 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 hä. Oh, klasse. 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 Gib mir Kraft. Ist der, ist der runtergefallen? Gute Sache. Oh, ich heile dich, damit du nicht verreckst. Hey, sag mal. Wo schießt ihr denn alle? Bababababab. Bum. Bum. Alter. Alter. Junge. Wer schießt denn da jetzt schon wieder? Da ist noch eine. Ab. Ab. Zack. 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 Da. Da. Haben wir sie langsam alle. Ja, so langsam. Aber sicher haben wir fast alle. Schnell befreit, befreit die Jungs. Befreit sie. Lasst sie nach Hause zu ihren Familien, ihren Kindern. Ja, ich weiß, Kinder gehören im Allgemeinen zur Familie. Ähm. Ha, 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 die Panelen zerstören. Ha, überhitzt das Ding, überhitzt es. Du, lass mich gefälschen, ruder, was willst du von mir? Junge. Achtung, jetzt machst du die Angst. Uuuuh. Ha, ha, au. Alter, zieht mir voll eine rein. Ich glaub's nicht. Ha, und schon wieder hat mich irgendwann schwer getroffen hier. Irgendein kleiner Babsack. Der da, der Babsack war das. Ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Dann haben wir das auch schon wieder hier. Schnell anheilen. Gebt's mir, gebt's mir. Da kommt das Ding, da kommt es. Hoch mit mir. Anheben. Und R2. Ha, ha, ha. Und ha, und ha. Und kuya. Aber ja. Dann hab ich gerade schon gekloppt. Junge. Bleib mal ganz geschmeidig. Klar. Das war's dann wohl. Nein, doch nicht. Komm, wir nachschub. Du bist wohl die Verstärkung. Nein, die bekommen Nachschub. Äh, Junge, das ist ein bisschen unfair. Bleib mal geschmeidig. Äh. Junge, äh. Oh, man. Oh, ho, 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 ho. Ich bin zu schnell für euch, ihr kleinen Penner. Ihr habt alle versagt. Wow. Der rennt aber auch gar nicht. So, langsam. Komm, ich helfe dir schnell. So. Ist die Frage, ne? Erst mal die Kleine oder erst den Großen. Am besten selbst die Kleine. Weil die Kleinen, die haben wir schnell down. Oh, ho, ho, ho. Scheiße. Was geht denn mit dir? Was läuft denn hier falsch? Was ist denn? War da jemand kacken? Ähm. Ist mit dem falschen Fuß aufgestanden. Scheiße. Ha, 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 ha. Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, 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 ho. Eine Straße, viele Bäume. Ja, das ist eine. Oh, nee. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Hast du gedacht? So. Da, 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 da. Jetzt wird gefeuert, was das Zeug hält. Und mein Rauch ist gleich schon wieder leer. Das war schön. Hast du gedacht, du kleine Penner? Kleine Pisser. Ha, 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 ha. Woo, hoo, hoo. Komm, komm. Woo, hoo, hoo. Oh, toll. Rauch leer. Mist. Hm, nee. Ich habe leicht im Vorteil nicht. Haben wir da noch Rauch oder so? Leute. Ah, Rauch. Gebt mir den Rauch. Schnappen wir uns. Joooo. Da, 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 da. So, haupt, ach, die ist mal ein Leben geschielt. Ha, 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 ba, 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 ba. Alter, ich habe doch den Knopf gedrückt. Warum kann ich nicht? He, 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 he. He, he, bitte schnell für dich. Oh, ja. Oh, ja. Ah, kann ich ihn jetzt ausschalten? Ha, 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 ha. Ja, ich bin schon sowas von gut. Oh, das ist schön da. Autsch, heiß. Oh, mein Player klingelt mal wieder. Oh, ein paar Scherben, Scherben. Alles Scherben? Mhh. Ich will nach Hause, ey. Nach Hause. Ich muss jetzt mal ein paar Scherben einkloppen hier. Da ist da bestimmt irgendwo noch einer. Da hinten ist noch was. Ja, komm, ist das. Sorry. So, war das alles? War das alles? Oder ist da noch was? Nur vier? Was trötet mal die ganze Zeit? Ah, okay. Das war's. So ist ausschließlich. So. Haben wir das geschafft. Scherben. Aber zuerst soll ich da. Da ist bestimmt richtig kräftig. Komm schon. Komm schon. Hm. Ah, Mist. Wird wohl nicht, ne? Und? Hat's geklappt? Das sieht scheiße aus. Kann ich grad nicht sagen, Mann. Hier kommen die UPs aus allen Richtungen. Wo? Wo? Wo kommen sie? Wo? Wo? Okay. Green-N-Neben-Missionen. Jetzt verfügbar. Die Green-N. Das ist doch... Das Schiff von Blackbeard, oder? Hallo? Na, Green-N's Revenge ist, glaube ich. Ah, okay. Das sind halt... Ja, ein paar Belohnungen, so, ne? Bin ich ja gewohnt, ne? Oh. Willkommen in den Theater. Fünf Upgrade ist verfügbar. Uh, gleich mal nachschauen hier. Hop, da ist es. Was haben wir? Uh. Rauchen ziehen. Alles klar. Da kann man ein bisschen mehr Rauch entziehen. Ist natürlich auch nicht schön. Rauchschuss. Verbraucht weniger Rauchenergie. Sehr schön. Schwefelvolltreffer. Uh-huh. Schnelles Entziehen. Ist natürlich auch ganz praktisch eigentlich. Ich sage, du wärst mal das nehmen. Weil ich hab irgendwie nie so viel Zeit, ne? Doppelluftsprung. Zweimal kann ich größere. Ah, da würde ich immer sagen, die wir lieber... ...mehr Rauch ausnehmen können erst mal. Huh, kann ich nochmal aufrüsten. Yeah. Yeah. So. Gut. Hab mir das nicht. Muss ich gleich mal ausrüsten. Hier können wir rauchen. Rauch. 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 Gut. Okay, Reggie. Ich frage nur ungern. Aber sind deine Kumpels im Blau noch irgendwas über diese Kernrelais? Ja, noch ein paar Kernrelais wären echt cool. In der Stadt verteilt. Auch nicht schlecht. Ohne, jetzt ist noch so eine Kommandozentrale. Soll ich die auch gleich einnehmen? Ja, die wir jetzt wieder für später auf. Erstmal wären sie Kernreis echt prachtig. Genau. Ähm, da wären wir hoch. Dann sollte ich wohl keine Zeit verlieren und sofort zu Augustin gehen. Na, 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 na. Ja, na, 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 na. Wer weiß, wie's ausgeht? War da irgendwie tot, ja? Oh, yeah. Jum, jum, jum. Oh, ey. Da schwebt etwas. Da schwebt etwas. Wie noch? Wo bist du? Ist doch so eine Scherbe oder so ein komisches Ding. Oh, ja, das ist was. Hier. Ah, Treffer. Treffer versenkt. Oh, ja. Das fühlt sich gut an. Schön. Oh. Hey, Leute. Habt ihr mich jetzt mal gekommen? Äh, schießen gehört? Genau, gib lieber gleich auf. Gib lieber gleich auf. Jawohl, zack. So. So, oh, Kernreis. Da sind welche markiert. Juhu. Sagen wir zuerst mal, dass da hinten. Die Dach. Demonstranten. Alles klar. Da hinten sind welche. Das ist gut. Da im Kernrelais. Da im Kernrelais. Das ist das hier sehen. Alles ist verlassen. Oh, ja, da ist ein. So, machen wir die mal kalt. Diggum. Zack. Wow. Das war ein Auto. Das ist explodiert. So. Willkommen Cooles Gefühl, das ist immer gutes Zeichen L1 eine tödliche Schwefelbombe zu werfen Eine nicht tödliche Oh, das ist cool Sag mal Kann ich die auch mal treffen? Der ist voll beschissen Oh ja, den hab ich getroffen So, geh her Hast du noch? Gib gleich auf So, gehört sich das So, das Auto qualm, das müssen wir gleich mal löschen Geh mal das Feuer her Tatsächlich gelöscht Das ist der Wahnsinn, wann das da hinten Mitten des Was ist das? Irgend'n komisches Blaus und nicht mehr Oh mein Gott, da ist jemand verletzt Tataa Ärgernig Schöne So nächstes Kernrelais haben wir da hinten Irgendwo Gibt es hier keinen schnelleren Weg? Ich habe keinen Bock die ganze Zeit rumzurennen. Kann man kein Taxi holen oder so? Das wäre doch viel einfacher. Geht es bestimmt irgendwo hoch aufs Dach? Geht es hier hoch aufs Dach? Nein, hier nicht. Geht es hier hoch aufs Dach? Warum renne ich eigentlich gerade ganz seltsam an der Wand rum? Ja, okay. Gibt es ja auch nichts. Hier geht es hoch aufs Dach. Ja. Joooo. Wie kommst du da raus? Na ja, weil ein Einzelner nicht schneller, unauffälliger und leiser bedingt kann. Sie werden dich unschätzen. Sie werden dich unschätzen. Sie werden dich unschätzen. Sie werden nicht wissen, wie ihn geschehen. Fly! Die Flygen Danny game. Ohhhh. Da unten ist eins. Oh ich bin leider da haben wir ein paar. Papapapapapapapaa. Servus! Hier bin ich. Oh shit. Oh shit. ich mache euch alle fertig so heilen und entziehen gebt mir die kraft meine peiniger in die ewigen jahrgründe zu schicken was kommt jetzt das kommt jetzt nicht schlecht aber warum explodieren und nehmen alles so ist ganz cool hier war gleich wir wollen ja keinen stadt brand verursachen hier da kann man durch zack wieder aufs dach ich bin einfach schon genial so richtig gut bin ich hoch woher liegt ja noch so komisches ding habe ich habe ich nicht tatsächlich wirklich nur so wo wo 3 kleinbilden gut nein das ist wohl nichts nichts ausgezaggert hat sich das war angegriffen hier ebenso maschinengewehr ich glaube es geht ab ich will es mehr kräfte ich brauche die power ich muss den jungs zeigen wo der hallo hier vielleicht nein auch nicht vielleicht da oben drauf Tatsächlich da ist es da ist das Ding voll eingenebelt ja genau gib du gleich auf so muss das sein einmal und den tun wir noch mal heilen und jetzt geht was besser wie die kühle kopf machen wir ein auf was auch immer schon zufrieden und diese fähigkeit so juhu ja das war ich nicht schlecht so lauter Kräfte ich habe deine ganzen Kernrelaes aufgebraucht man komm ich brauche mehr Alter voll klasse ich heil sie und ihr macht sie kaputt das lasse ich nicht über mich gehen Au Alter Was ist dein Problem mit deinem Bedeckthalten? Mir geht's gut, mir geht's super, gib mir mehr Nein Doch ich will mehr Kräfte, gib sie mir einfach Trink dir einfach mal Aschegeschoss abzufallen, ja warum und wohin? Äh egal Uh, Rauch fangen Yeah, 5 Upgrades verfügbar schon wieder Ist ja auch gut, oh, Animation Zeitraffee Oh, die Space Needle Das Wahrzeichen von Seattle zumindest eins Na, schmeckt der Kaffee So, jetzt stehe ich irgendwie ganz komischerweise in einer ganz anderen Art Das ist gut Information sind immer gut Weißt du auch wo dieses zentrale Kommunikationsding ist? Wo muss ich hin, wo muss ich hin, ja sag mir die Information Hör auf, die Space Needle Wow, wow, wow Autos, passt doch mal auf wie ihr rumfährt hier Zack Da-ba-ba-ba Braucht mehr Rauch wie ihr vielleicht da unten seht Ich bin ziemlich ausgesmaukt So Space Needle Da ist sie Werden wir erobern Doch das ganze erst in der nächsten Folge Bis dahin macht's guten Tau 3 Bye